Hier stinkt es nach Elend. So etwas würde ich selbst Loki nicht wünschen, trotz all seiner Verbrechen. Vermutlich wurde Sindri vor vielen Tagen hierher gebracht. Hoffentlich kommt mich nicht zu spät. Sagt mir der Rabe irgendwas. Eigentlich waren wir hier schon und haben lauter Leute befreit. Das war's für mich. Die Riesen sind gnadenlos. Wenn ich auf sie treffe, werde ich es auch sein. Ich will noch ein bisschen auffräumen, bevor ich da runtergehe. Feuerriese in Aufruhr und da ist schon wieder einer am Durchdrehen. Das hat glaube ich irgendwas mit der Umgebung zu tun. Ich kenne dieses Mal. Wer das auch war, ihm wurde sein Huger gewaltsam entrissen. Ich spüre, dass der Huger-Kir diesmal zufrieden war. War dies Karl das erste Sonntag. Und dieses kleine Ort. Das Siegel. Sindri. Tollküner Narr. All das für ein bisschen Med. Nun denn, es ist geschehen. Ich muss die Leiche zu Brock bringen. Genau, geht zum Quest-Ziel. Ich denke mal, wir kommen über den Weg da auch gut hin. Ich habe heute Morgen auch den Kampf geschnitten von gestern. Dass die Folge nicht eineinhalb Stunden geht, sondern nur 45 Minuten. So viele Tode waren es gar nicht. Ich glaube, der Discounter war am Ende 17. Das ist noch nicht der... ...der höchste Discounter, den ich habe. Der ist bei Eldenringen drin mit 34. Oder 37. Bei dem Boss. Auf jeden Fall war es jenseits der 30. Kann das... ...Rugier der Zwerge, selbst eines solchen wie Sindri, haben weniger Macht. Doch es muss einen Grund haben, dass Kalder den Hugakir mit den Geistern so vieler verschiedener Völker sättigt. Feuer und Eisriesen, ein Zwerg und wer weiß was noch. Wen bringst du da? Nein! Das darf nicht sein! Meister Brock, ich teile deine Trauer, glaube mir. Dein Bruder war der würdigste unter den Zwergen. Mehr als du es ahnst. Oh, Sindri! Nein! Nein! Mein lieber Sindri! Draußen werden die Begräbnisvorbereitungen getroffen. Ich muss die Gelegenheit nutzen, um Brock auf meine Seite zu ziehen. Ich muss mit Brock sprechen. Ne, Nahkampfschaden erhöhen. Kritische Chance erhöhen. Dann nächstes Mal den Wolfskrieger. Haben sie Brock jetzt nach draußen gesetzt? Na, wahrscheinlich war da gerade sein Bruder beerdigt. Oder Freund. Ich bin gerade nicht 100% sicher, ob es Bruder oder Freund war. Auf jeden Fall gehörten sie irgendwie zusammen. Ich bin gerade nicht 100% sicher, ob es Bruder beerdigt. Brock und Sindri sind Brüder. Danke für den Hinweis im Chat. Einfach was Dummes sagen. Und dann kriegt man die Leute auch dazu, im Chat zu schreiben. Das ist zu schrecklich, um auch... Du hast mich belogen. Du sagtest, du würdest ihn retten. Ich sagte, ich würde ihn finden. Das ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Vor allem, ich habe ihn tot gefunden. Was soll ich machen? Erzähl es mir. Alles. Als ich mich dem Dorf näherte, hörte ich lautes Gebrüll. Wie von einem verletzten Bären. Bald darauf wurde ich Zeuge des Endes einer gewaltigen Schlacht. Sindri wurde von allen Seiten von Riesen bedrängt. Das eines Gottes würdige Gebrüll kam von ihm. Er... Er hatte wirklich eine sehr tiefe Stimme. Er schwang Hammer und Meißel mit ungewöhnlichem Geschick. Ja, ja! Das sah ich ihn viele Male in der Werkstatt tun. Überall lagen Riesen herum, von Sindris Hand gefällt. Doch dann fiel einer auf feige Art deinem Bruder in den Rücken. Doch noch während Sindri fiel, warf er seinen Meißel und tötete den feigen Mörder mit einem Treffer zwischen die Augen. Das alles tat Sindri. So wird es geschrieben stehen. Es heißt, Wessal könne die Werkzeuge des Meisters nicht finden. Das ist zu schrecklich, um auch nur daran zu denken. Wo könnten sie sein? Stimmt etwas nicht, Wessal? Gar nichts stimmt. Wir begraben den größten Schmied, den es je gab, und uns fehlt sein Werkzeug für die Grabbeigabe. Ich sah einiges davon in Ölstorp. Wenn du willst, könne ich es... Das war nur der Ersatz. Sein bestes Werkzeug hat er nie außerhalb der Zuflucht benutzt. Verstehe. Wie können solche wertvolle Gerätschaften verlegt werden? Verlegt? Sei nicht dumm. Sie wurden versteckt. Von Sindri? Damit sie niemand anderes anrührt. Vor allem nicht Brock. Nur können wir sie jetzt eben nicht finden. Und du hast keine Ahnung, wo sie sein könnten? Na ja, sie sind nicht in der Zuflucht, so viel ist sicher. Aber zu weit weg können sie auch nicht sein. Würde mich nicht wundern, wenn die irgendwo hoch oben sind. Ich dachte, Zwerge hätten Höhenangst. Nicht unser Sindri, aber ein guter Kletterer. Ich hingegen bleibe lieber mit beiden Beinen auf dem Boden, wie es sich gehört. Wie kann ich mit dir sprechen, wenn mein Herz in zwei gerissen ist? Jetzt ist Brock ganz allein. Wie wird er ohne... Ich mag die Zwerge ja sehr, aber ihre ständige Hilfsbedürftigkeit ist ermüdend. Oh, Loki. Freund, Verräter. Was gäbe ich dafür, deine goldenen Worte zu hören? Selbst die... Nur weil sie Questgeber sind. Ansonsten würden sie gar keine Hilfe brauchen. Man müsste eigentlich in ein Spiel mal ein Quest bringen, wo du hinkommst und der sagt, nee, das hat schon der da drüben erledigt. Du bist da jetzt gerade zu spät. Dann kommt da einfach ein Abenteuer langgelaufen, der dir eh nicht sieht. Wo würde ich mein geliebtes Werkzeug verstecken? Vielleicht hoch oben? Los, Söhnen. Keine Lust, irgendwo hochzufliegen und da ist überhaupt nichts. Aber Söhnen scheint das nicht, äh, zu sehen. Also auf welchen Berg soll ich gehen? Fuck, nee, ich will nehmen den anderen. Ob das Sindris geliebter Eichelbaum ist? Ach, Moment mal. Da ist aber ein Nest auf der Eiche. Könnt natürlich sein, dass sie hier wieder den Klassiker machen, wie bei den paar Schlüster, die wir gefunden haben. Ja, das machen wir einfach um mit dem Baum. Hätte ich Vögel, könnte ich es leicht erreichen. Wo ist ein Hugre? Die haben hier drei Pflanzen, den gemacht hat das aber zu wenig. Da hat man auch irgendwo ein Etar angezeigt. Ja, jetzt zeigst du es natürlich an. Na, da unten sind noch ein paar Pflanzen. Ja, aber die Fähigkeit, äh, das selbst aufzufüllen, mit HP weggegeben. Und dafür, äh, den dritten Slot bei den Spezialfähigkeiten unten rechts. Hier! Sindris Handwerkszeug. Ich muss diese Gerätschaften zu Sindris sterblichen Überresten bringen, bevor das Ritual beginnt. Ist Brock ganz allein. Wie wird er ohne die Führung seines großen Bruders zurechtkommen? Das Unheil wurde abgewendet. Jetzt weiß ich, warum manche dich einen Gott nennen. Ich werde noch ganz rot. Aber ja, ich habe meine Momente. Helden sterben, aber nicht ihr Vermächtnis. Sindris Mut war so außergewöhnlich, dass sie heute Abend als Erster seines Volkes in Valhall feiert. Ivaldi ist gekommen. Vielleicht kann er mir nützlich sein. Ich bin des Metz wegen hier, nicht wegen der Gesellschaft. Ihr Zwerge und eure Liebe für Met. Sie hat mir bereits genug Ärger beschert. Es war kein Zwerg, der Halbjötunheim auf der Suche nach einem geheimnisvollen Met durchwühlte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Weißt du, alter Freund, nun wäre ein guter Augenblick für eine große Geste. Zum Beispiel? Eine würdevolle Rede von dir, Sindris größtem Rivalen, würde sicher... Ach, leck mich! Wir alle müssen Zugeständnisse machen. Ich kann dir sogar die süßen Worte einflüstern. Die Zeit lässt die Quelle des Leids versiegen. Sie bringt Hoffnung, die über den kalten Tod hinausblickt. Sie macht aus dem Strudel der Trauer die ruhigen Wasser der sinnstiftenden Einkehr. Sind diese Worte für Sindri oder Balder? Balder lebt. Warum sollte er solche Worte bedürfen? Sicher, sicher. Ich wollte nicht... Na, du weißt schon. Gut. Ich halte die Rede. Aber es wird meine eigene sein, nicht deine. Dichtkunst ist nichts für uns Zwerge. Aber ehe alle Fackeln entzündet sind, ist an eine Rede nicht zu denken. Evaldi ist gekommen. Vielleicht könne er mir nützlich sein. Ja, aber ich hab doch mit Evaldi schon geredet gerade. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur beiwohnen. Ne, entzündet die Geleitfackeln. Denk ich mir auch, ey. Wer kam da denn wieder auf die Idee? Und du musst halt vorbeilaufen und so. Es gibt mal keine wirkliche Interaktion mit der Fackel. Das Feuer muss halt das andere Feuer berühren. Die Zweige haben mir einen Platz zugeteilt. Das ist eine große Ehre. Ja. 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 Ja, ja. Ich mochte Sindri genauso wenig, wie er mich. Und doch konnte er mit dem Hammer umgehen. Mit dem Meißel, mit der Säge auch. Und er wusste, die Blasebälge zu bedienen. Manche sagen, besser als sonst jemand. Besser als ich. Brock, dein Bruder war ein sehr guter Schmied. Ich bewunderte ihn sehr. Meister Brock, du hast Sindri ausgezeichnet verabschiedet. Das ist das Mindeste, was er verdient hat. Aber feiert er wirklich in Valhall? So ist es. Ich sah es in einer Vision. Komm. Gehen wir ein Stück. Nun sag mir, bist du bereit, Sindris gutes Werk fortzuführen? Ivaldi zu helfen, war nicht das Werk meines Bruders. Aber Surt zu Trotzen war es. Und das brachte ihm den Tod. Die Gier nach Med brachte ihm den Tod. Es forderte Mut, nach diesem Med zu suchen. Damit trotz der Surt Herrschaftsanspruch. Ein grotesker Gedankengang. Mir scheint es äußerst klar. Ich denke nicht, dass ich dir irgendwas schuldig bin. Ich setzte mein Leben aufs Spiel, um die Leiche deines Bruders zu bergen. Nun tue ich es wieder. Für dich und ganz Svartalfaheim. Unfug. Du tust nichts aus reiner Nächstenliebe. Ich weiß, worum es dir geht. Ich weiß alles über deinen jungen Balder. Ich habe Ohren, weißt du? Selbst in meiner Trauer. Also tu nicht so, als wärst du wegen uns hier, weil ich... Verlangst du von mir, meinen eigenen Sohn aufzugeben und mich nur eurer Rettung zu widmen? Na gut. Wenn du es so sagst. Ich... Ich brauche Zeit. Ich trauere noch, verstehst du? Lass mich darüber nachdenken, ja? Nur ein bisschen. Ich dachte schon, mein Analog-Stick ist kaputt. Weil die Kamera nach rechts dreht. Oh... Ich sollte zu Brock und sehen, ob er wieder zu Sinnen gekommen ist. Wenn nicht, muss ich ihn wohl stärker ermutigen. So, wird Brock jetzt in der Zuflucht sein oder woanders? August 9 ist eigentlich auch nicht so schlecht. Dass selbst wenn du getroffen wirst, du dir immer noch mit dem Bogen schießen kannst. Er ist in der Zuflucht. Das war der anfängliche Zugang. Wie schön, dass ihr miteinander auskommt. Sag, Brock, wirst du die Aufgabe annehmen? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das letzte, was ich brauche, ist ein göttlicher Arschtritt. Möge dies der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein. Kommt dir einfach in die Zuflucht gelaufen als Feuerriese. Wenn du etwas findest, mit dem du nicht umgehen kannst, frag einfach. Tja, eher leere ich dich, wie du dein eigenes Werkzeug benutzt. Zaltende Zwerge? Wie ungewöhnlich. Esa, da bist du ja. Was? Du gibst dich mit deinem Feuergeist ab. Nicht das wieder. Was gibt es zu berichten? Meine Stiefmutter ist stur. Ich darf sie nicht zu sehr drängen, sonst wird sie misstrauisch. Sieht sie keinen Wert in dem Handel? Das schon. Doch noch fehlt der Wille. Ich verstehe nicht. Der Hugaker ist nahezu unzerstörbar. Du hingegen bist es nicht. Sie glaubt, mich fangen und töten zu können, um an den Hugaker zu kommen. Die Zeit ist auf ihrer Seite. Dann muss ich ihr diesen Irrglauben austreiben. Was, wenn ich zu einem wahren Störenfried werde? Einen, den man nicht übersehen kann. Sinmara bereitet sich auf Vaters nächsten Feldzug vor. Aber wenn ich ihre Pläne störe, zwingt es sie vielleicht an den Verhandlungstisch. Das klingt recht gewalt. Einst plante ich den Mord an Ümir und führte ihn auch aus. Welch Wagnis soll mich schrecken? Tja, wenn du das so sagst. Wo muss ich zuschlagen? In der Affelwartmühle baut meine Stiefmutter ein seltsames Heer auf. In Jöfos Mitya züchtet sie Kriegsbestien. Und Skipper Torp ist schließlich ihr Versorgungslager. Ich kümmere mich um die drei. In der Zwischenzeit kehre ich nach Eitri zurück. Ich lass dich wissen, sobald meine Stiefmutter sich zugänglicher zeigt. Ich komme wieder, wenn ich fertig bin. Und dann erwarte ich Antworten zum Hugakerkehr. Dann legen wir am besten mal los. Ja, folge nur meinen Anweisungen. Seit wann hast du das Sagen? Du warst eins der Lehrling deines Bruders. Nun. Davutiere die Kriegsbemühungen. Gar nicht so schlimm, was ich gemacht hab bis jetzt. Es gibt viel zu tun. Boah, der hat jetzt einfach... Ich warte mal drauf, dass der an der Kante dann irgendwie hängenbleibt oder so. Und einfach krepiert. Weil es sah jetzt echt knapp aus. Hier bewahrt diese Dämonen also ihre kostbaren Vorräte auf. Ich kenne alle so. Ah. Ah. Stop. Ah. Ah. Kommt, meine Wölfe! Nix da! Hupsala! Und weg mit dir! Hat der gerade wirklich jemand in Wasser geschmissen? Nix da! Nix da! Nix da! Nix da! Nix da! Nix da! So, wie viel gibt's noch? Ein wahrscheinlich. Ne, zwei. Nix da! 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 Ding, glaub ich, dass das Feuer sogar noch weit genug gehen könnte für die zweite hier, oder? Ah ne! Ah ne! Ah! Nix da! Nix da! Und los! Schmerz! prepared for us! Wieso? Wieso muss ich eine Rückwahrten? Ich mache mein eigenes. Es stinkt, verdammt! Gibt's jetzt noch irgendwas? Nö, ne? Bleibt wachsam! Hört ihr! Da kann man sogar das Schiff nehmen, um zum nächsten zu fahren. Du gehörst Oding! Das war's! Verschwitzen wir! Du 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 du! Guck nur! Raun o' Griff! Ach, schön, dass ihr alle geportet werdet. Keine Lieder. Die sind alle Copyright geschützt. Äh, we swetten ja alle in one arm. Oooooooom. Proof Boy, schön dich zu sehen. Da muss ich jetzt überlegen erst mal drüber. Mein Spiegel hat morgen nicht was anderes gesagt. Moment, ist das der Richtige? Ja, dann zieht er wahrscheinlich von hier nach oben in die Mühle rein. Ja. Fuck ihm los! Ich bin jetzt die Klingeln! Eine Gnade! Rauben wir! Ne, mein Spiegel sagt, geh zum Frisör! Lappen. Der darf das aber. Der kennt mich schon lange. Du gehörst mir! Jetzt stirbst du! Nachher werde ich übrigens ein bisschen meinen Elektroschrott aufräumen, damit ich meinen Rechner mit Schreibtisch um 5 Meter nach rechts verschieben kann. Dann wird das erstmal der Arbeitsplatz in die Ecke gestellt. Ich brauche hier Platz im Wohnzimmer, damit ich hier die Möbel verschieben kann. Und ich werde mein Arbeitszimmer nicht so schnell leer kriegen. Was einfach so das andere Problem ist. Und ich muss noch ein paar Sachen zusammensuchen. Oha, sie baut ja eine Terrakoppa-Armee. Wenn du Hilfe brauchst, ich wohne nicht weit weg. Sollte jemand, den ich nicht so gut kenne, meine Sachen anpacken, ich bin mir nicht sicher. Also das ist sehr lieb von dir gemeint, aber das wird eh eine Sache sein, die ewig hier dauert. Da werde ich bestimmt noch den Rest des Monats mit Schreibtisch sein, wahrscheinlich auch im nächsten Monat mit rein. Ich werde wohl eine Kollegin nerven. Wo ich weiß, dass der ein Putzteufel ist. Aber jetzt noch nicht, ich muss noch zu viel ausmisten.